Lochmask, Westküste, Irland. Ich leite eine kleine Station. Alles easy. Ich will Kaffee, ich will Whisky, ich will meine irre Ingenieurin Jill. Und meine verfluchte Ruhe. Dann diese Anschläge. Dieser Verrat. I hate it. Commodore Dengler, die altblonde Schlange, hat mich schön drangekriegt, die Untersuchungen zu übernehmen. Was für eine Wahl hatte ich. Nuna, Flink und Jill. Was für ein Team. Loyal und genial. Aber ein chaotischer Albtraum. Diese scheißbrutalen Morde. Und dann dieser Verdacht. Diese Legia Unia. Und was die ist. Das entwickelt sich in eine ganz ungute Richtung. Als wenn es nicht schlimm genug wäre, dass ich Stan Pandra vielleicht irgendwann anfordern muss. Der Kerl macht mich schwach in jeder Hinsicht. Dass auch noch dieses Monstrum Indien auftauchen musste. Und das krasse ist. Irgendwie mag ich sie. Der Feind ist unsichtbar. In uns und um uns. Aber in uns. Da leuchtet auch etwas. Da sind Sterne. Entfesseln wir sie. In uns. Da leuchtet auch. Und das Geschmack. Und wir können uns. Da leuchtet auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017